30 jährige wird dann uns hoffentlich in der halbzeit stehen wieder nur noch sechs sekunden gerade drei verteidigt prima der wof und dann die einzelaktion von lakon gut so ara gegen sears das ist klasse verteidigt von sears und dann der fast break der graubleger ricky pauling und die auszeit bei den gästen das erste der allererste dreier für die ewige basket im verteidigung wittig für drei er fällt nichts 2 von 5 Es bleibt zäh hier Booth mit dem Offensiv Rebounce 9, 14, 9 Larsen gegen Orges Das ist eine ganz starke Bewegung von Tyler Larsen Wahnsinn Wie, wann zu intensiv im Overplay Achtung hier Weiß und dann noch einmal zurück Dann hat er den Platz Und dann trifft er auf den Wurf Flakes versucht Klasse der Offensiv Rebound Und der Abschluss von Tyler Larsen Nein, gut auch nicht Achtung hier Flakes und dann Gut gearbeitet von Larsen Der da erst einmal Jones Auf und wo fängt sich Zusehen Schwerer Wurf Die trifft er auch Tyler Larsen Sieben Punkte in Folge Ja, es springt nicht ganz gerade hoch Aber schauen wir nochmal auf die Aktion von Larsen Und der ist eigentlich fast weg Und dann gegen Whittington Der ist extrem schwer Und extrem erfolgreich 14 Sekunden Tyler Larsen Mit dem Ballvortrag Eins gegen eins gegen Moore Tyler Larsen Das ist prima Das ist wirklich Klasse Und das sind noch einmal Zwei Punkte für ihn Neun Zähler In Serie Tyler Larsen Mann der Partie Bis hier Hopps Denkt drüber nach Ziers wäre Unterm Korb In guter Position Larsen Tata Ziers 90 Larsen Nochmal Einfacher Korbleger Olden Nur einer Oldenburg mit der Chance Auf 10 wegzuziehen Larsen Wieder drauf Pops Pops Jetzt hat die Tatsächlich Tata Boah Da waren viele Hände dran Und da hat man eben Diese Power Gesehen von Larson Wie ist der Pool Unterm Korb Larsen Boah Ist da ordentlich angegangen Von Harry Der verteidigt aber gut Unheimlich Schnelle Hände Raus auf Tata Wer den Noch mal Eine halbe Presse Von Larsen Da geht es jetzt in der Liga darauf Vielleicht jetzt noch mal Punkte zu machen Um das Spiel Zu gewinnen Larsen All the way Macht er Ganz zum Korb Jetzt wissen alle Dass der im Zweifel Zum Korb